hallo leute und herzlich willkommen zu minecraft prison heute ja ok was machen wir heute weiter abbauen weil wir haben ja immer noch ein fettes monsterproblem ja ich musste kurz überlegen was wir machen leute es könnte sein dass ihr random geräusche von mir weil bei mir ist gerade noch ein kumpel zu besuch und mein mod und ja die haben bis vorher noch kurz gepennt ich musste die wegscheuchen jetzt sind die pisst aber juckt ja nicht genau wir nehmen hier weiter auf wir bauen hier weiter ab wahrscheinlich wieder ein bisschen laber unsere eigene podcast folgen herzlich willkommen zum podcast wie heißt der podcast podcast red king red king alles so einfallslos das ist wirklich einfallslos aber auf einem ganz anderen level naja leute och gott mein spieltag ist wieder kaputt übrigens ich wollte mich noch mal bedanken also es geht so krass ab ich habe mittlerweile schon wieder 117 abonnenten also ja das ist crazy gespannt wie lange der hype noch anhält ist so das habe ich auch gedacht so scheiße das hat heute so der hype phase das ist dann wieder wieder wie vorher naja ich hoffe es nicht ja danke dass ihr auch prüsen so krass klickt alter also das bricht ja alle rekorde ich glaube auf beiden kanälen sogar ja also das ist wirklich krass und danke für das und was können wir jetzt bereden ja meine rüstung ist auch nicht mehr ganz vorhanden und auch nicht so gut wenn eine helfe fast schrott und meine 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 schuhe waren weg also sind komplett schrott cool i guess was mache ich hier das war ja auch nicht oh gott leute alter so jetzt haben wir hier dann wieder eine endlich mal wieder so eine ebene hier und ich sehe gerade das hier triggert so ein bisschen ich glaube auch gut achtung dass das game doch mit dem neu kaputt gemacht wurde aus dem grund dass du also mit dem alten patch stammert weil du ja jetzt das problem hast wir haben jetzt im oh gott ich bin voll über mein mikrofon drüber gegangen dass wir im nether ich will es auch noch explodieren dass wir im nether halt jetzt so border haben weswegen wir dort nicht so easy diese skelettköpfe fahren können deswegen okay aber ich weiß ja nicht wo wir die herkriegen sollen ja und dann ist aber die version verbuggt einfach stimmt wir haben ja hier noch mit der welt schon weit auf die folge gucken wir können hier noch den anfang machen also nicht wieder erschaffen ja und das problem ist aber wir haben halt keine köpfe das ist das problem wieso fällt hier unsere treppe ja weil dort mal was explodiert ist wahrscheinlich ja scheinbar die ganzen treppe fehlt das ist aber so ein riesiges loch in der treppe ich weiß es aber ich habe mir gefallen ich gehe mal kurz unten einsam ist kaputt das spiel jetzt soll ich nur noch ich bin mir durch die hoch wie heißt das wenn man so gott wie heißt das bei euch in deutschland wenn man so kartoffeln so klein schnipsel so klein schnipsel und dann in der brad nee nicht so aber weißt du so kleine sowas wie spätzle halt nur nicht so wie spätzle pommes ne nicht pommes alter mann wie sagt man dem weißt du wo du dann in der bradpfanne machst das machst du meistens zu spiegelein das ist so auch eigentlich so typisch schweiz oh scheiße nicht oh scheiße das meine ich nicht oh meine diaprost ich habe sie wieder ich bin in die laba gefallen was war das war das seine tastatur die gerade kaputt ging du bist in lava geschwommen meine diaprost ist ab nein deine diaprost doch hier das war wirklich was hast du denn gemacht ich bin da war alles offen da ist meiking dort ist alles aufgesprengt dort ist überall lava und ich bin da drunter gefallen und dann hatte ich ein skelett von hinten in die laba geschossen alter es sind überall monster doch mal nur das hier was ist das für ein projekt alter wir werden müssen glaube ich an der stelle beenden alter ja absolut das was du gehört hast war meine faust wie sie auf einem tisch aufgeschlagen ja ich habe auch kurz auf meinen tisch geschlagen aber eigentlich ist ja ein cooler zum glück habe ich hier eichtholz weil das ist sehr robust ja ich habe ich bin jetzt immer die erschwert eigentlich meistens ja natürlich mein schild ist nicht verbrannt aber meine brust ist verbrannt ja die hauptsache oder ja das wichtigste du wolltest das mit ihr schwert das wenigstens und dann stirbst du aber ich habe mein diaprost gesehen dass mein diaprost lebt noch jetzt sterben da drei creeper und explodieren ich habe eigentlich die wahrscheinlichkeit dass mein diaprost ist noch nah das weiß ich nicht ich kurz unhilfen erknit unbedingt wo sie das haus alles klar ja oh gott oh nein er hat mich gesehen jetzt fickt er mich auch noch aber warte mal der eine hat mein diaprost in der hand unsere bürgen liegen auch da unten ja wieso steht da noch ein skelett habe ich hier oben in der höhle sind jetzt wieder so viele sachen geschossen nein nein das geht einfach nicht ja Leute änderne haben mich aber getötet alle spinne ne ah oh wie auch einfach ein stinknormaler zombie zweieinhalb herzen schaden macht ja einfach materialien ich glaube my king das ist ein unendlicher kampf den können wir nicht hier weiter ich bin vor nein oh die richtige oh die richtige geden ja eins zu alter ich habe es wenigstens überlegt ich habe immerhin mal im wasser eimer das einzige was ich wieder zurückbekommen habe bisher Junge aber ich habe kein essen das ist problematisch ich habe auch keine spitzfragen seit ja hallo hallo na wie geht es Ihnen wir sind ein bisschen on fire alter wer ist denn red bist du noch da oder hast du dein mikrofon kaputt gehauen oh tung super 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 duda Das sieht gut. Ne, 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 doch ein... Aha. Aha, so einer bist du also? Es ist alles weg. Es ist alles weg. Ich weiß. Das Problem ist auch unsere Tiere, weil unser Server... Miking, entschuldige mal. Unser Server kam nicht mehr hinterher, ja? Echt? War das der Server? Der Server war... Der Server hat alles geklirrt. Alles, also alle Items rum. Es lagen ja auch 5.000 Items rum. Es lagen 10.000 Items rum. Hier sind schon wieder so viele Monster, Junge. Es ist alles kaputt gesprengt worden. Deswegen lag hier so viele Items rum, dass der Server den Großteil gesprengt hat. Und das, was jetzt hier noch rumliegt, sind die Items, die die Tiere, die Monster anhatten. Also ich hab jetzt zum Beispiel noch Zeug gefunden, aber unsere guten Sachen sind halt alle weg. Okay. Und alle Monster, die du jetzt siehst, sind schon wieder neu gespawnt, ja? Was? Innerhalb von den Sekunden. Und das Problem ist, der Server hat halt alles rumliegende gelöscht und alle Entities gekillt. Heißt, alle Mobs, alle Tiere, alles, alles. Alle Spieler. Alle Spieler. Alles. Der Server hat sich quasi gerade... Ach stimmt. LOL! Der Zombie hat mein Dia-Schwert. Wo hat denn das denn... Was? Wie hat er dein Dia-Schwert gesaved? Weiß ich nicht. Scheinbar hat das Dia-Schwert noch ein Skelett oder so und danach... Weiß ich nicht. Hat das halt... Du bist das gestorben durch den Server. Zum Glück hatte ich nur eine Eisenrüstung, nicht so wie du. Der Zombie auf... Ja, meine Dia-Brust ist eh verbrannt, also... Ja gut, meine Dia-Brust kann ich nicht verzaubern, weil du mich getötet hast, dass ich keine Level mehr habe. Danke dafür. Für die Wissenschaft. Für die Wissenschaft. Okay. Interessante Slogan. Ich hab mein Dia-Schwert. Wieso hast du dein Dia-Schwert? Das ist ja komplett unverdient. Ja, Schärfe 5 Dia-Schwert. Oh, Sterbe. Oh, Sterbe, ja. Das war's. Mikey, ich muss hochkommen. Ich hab keine Blöcke. Ja, dann komm doch hoch einfach. Ja, ohne Blöcke. Hier ist alles kaputt. Oh, da sind drei Creeper. Du Boots, die Stecker. Spass. Warte, wo kommt man hier hoch? Da ist der Weg. Ich glaub, ich kann keine Worte gehen. Kann dir das unter Wasser. Junge, hä? Die Treppe existieren einfach nicht mehr. Ja, ich weiß nicht. Die Treppe ist einfach weg. Sie ist einfach wirklich. Wir müssen da irgendeine Lösung finden. Wir müssen jetzt einfach nur noch abbauen. Weil sonst... Also, was wollen wir denn machen? Wir müssen jetzt einfach diese ganze Fläche abbauen und unten ausleuchten, dass nicht mehr spawnen kann. Das ist... Oh, ich hab einen anderen Weg nach oben gefunden. Mein Dia-Schwert lebt noch. Ich geh jetzt einfach wieder abbauen, weil... Also... Ja, Mein King, das bringt uns... Oh nein. Oh mein Gott. Ja doch, dann können wir hier diese Fläche dann... Och, die sind auch wieder überall... Ich bin ja gerade fast runtergefallen und in die Lava gekracht. Alter, was? Ich bin ja gestorben, Junge. Mein King, ich brauch deine Hilfe. Ich komm nicht hoch. Hallo. Ja... Ah doch, hört. Ich hab Glück. Ich kann hier die Treppe provisorisch wieder... Die Treppe geht hier lang, aber... Du beschützt mich aber, ne? Er schubst mich runter. Ah, ne Skelett! Das mach ich nicht! Aber ich kann hoch. Tschüss. Perfekt, jetzt bin ich hingehören. Oh ja, hier ist das nächste Loch in der Treppe. Es sind überall Löcher. Also... Hast du auch in der Schule so ein Buch? Oh mein... Hä? Was? Was war das denn? Das war nicht ich? Jetzt hat das Skelett an mir vorbeigekommen. Ach, du schubst mich schon wieder runter! Das ist die Hitbox von Minecraft. Ja, wahrscheinlich... Ja, ja, ja. Das war ja auch noch die Hitbox. Ja, ja. Wahrscheinlich zieh dich da runter. Oh nein, ich bin fast tot. Ich hab ein Herz. Halbes Herz. Du bist sein Hund. Tut mir leid, das musste sein, weil du mich auch... Ach, jetzt haben wir das Skelett gerecht, Alter. Soll auch essen, sonst sterbe ich dir wieder. Ist der Creeper? Ich dachte, der Creeper ist auf der Spinne. Wie bist du jetzt so f*** da hochgekommen? Ja, ich bin ja noch besser als du. Hast du Jump'n'Range? Ja, Jump'n'Range? Ja, Jump'n'Range. Oh Gott. Ich bin fast gestorben. Letzter. Oh mein Gott, Hilfe! Meike, ich brauch deine Hilfe! Meike, ich brauch nen Weg! Meike. Spieze! Scheiße. Verpiss dich! Meike, mach mal den Weg. Meike, mach mal den Weg. Viel zu viel. Ja, was machen wir? Oh Gott, was war das denn wieder? Du sollst den Weg bauen! Ich bin doch dabei, hallo? Ja, von oben nach unten, nicht von unten nach oben. Ich mach es halt Schweizer-Qualität. Nicht so f***ing klar. Oh was, einer? Scheiß auf die Treppe, ich muss hoch. Ich hab das... Dann kann ich ja nicht auf die Treppe scheißen, wenn du hoch willst. Sonst rutschst du aus, hä? Joi! Bombenchoop. War wirklich. So, guck, ich baue jetzt hier die Treppe weiter für dich. Danke dir. Alter, ich werde dich wieder runtergeschossen, es ist zum Kotzen. Alter! Das war funnier. Der Witz ist halt, Viking. Unsere Bögen sind beide weg. Meine Diabrosten sind weg. Stimmt. Ha! Mir ist eigentlich mein Bogen weg. Was hab ich... Was hab ich dir getan? Ha! Ich hatte meinen Bogen mit Außerung genommen. Warum? Weil... Ich von oben alles... Warum? Wieso? Das hat auch ganz gut funktioniert. Bis dann ein Spielfall von hinten, wie ich reingesprungen ist. Von oben in mir explodiert ist. Und dein Loot auch mit unten lag. Oh Mann, Alter. Alter. Was müssen wir noch für Erfolge machen? Es sind noch nur noch drei Erfolge. Ja, nur noch den Widder. Aber es ist an der Zeit, mein Freund. Mann. Aber halt wirklich. Wenn das jede Folge so geht, wir sind ja komplett konterproduktiv. Wir bauen die Treppe auf, bauen ab und dann explodiert alles und dann kam kein Loot mehr. Der Anfang. Erschafft den Widder. Danach kommt noch der Anfang. Benötigt der Anfang. Hä? Und danach kommt noch Leuchtturmwärter. Benötigt der Anfang. Leuchtturmwärter weiß ich was das ist. Da musst du ein Leuchtfeuer in der höchsten Stufe einfach. Also quasi mit irgendwie so 2000 Goldbarren. Und, ähm, ja. Das ist, du wirst den Widder halt erschaffen und den Widder töten und danach noch ein Beacon bauen. Ja, sehe ich eben auch so. Jetzt schlagen alle auf meinem Pult. Ja, wollen wir Minecraft Prison hier beenden? Mit meinen zwei Freunden, die jetzt hier sind? Wir beenden Minecraft Prison, aber nicht in der Folge. Okay, okay. Stimmt gut. Alter, jetzt schlabbern die hier alle. Okay. Da fehlt ein Block. Ja, ich weiß, da habe ich nie einen hingesetzt. Wie heißt eigentlich jetzt unser... Aber wir haben immer noch kein Namensschild. Ich weiß gar nicht, wie lange läuft der Server noch. Okay, ich weiß nicht, wie lange der Server läuft. Stimmt. Der Server haben wir auch nur einen Monat angemietet. Also du. Wo ist eigentlich nur du? Naja. Ich bin ja gestorben. Da bist du ich. Ich habe den angemietet. Ach, das ist ein Mini-Zombie. Ich wollte gerade sagen, ein Mini-Creeper. Alter. Ähm, Laufzeit... Äh... Noch 46 Tage und 4 Stunden und 18 Minuten. Wir haben noch 46 Tage Zeit. Was? So lange? Lass Minecraft Prison 2 aufnehmen. Ja, aber das ist ja lame direkt danach. Das ist ja nicht cool. Wieso ruft mich jetzt mein Nachbar an? Hä? Mein Nachbar, der will sich beschweren, dass du zu laut warst gestern. Ja, gestern Nacht. Ne, wir waren übel leise. Tatsächlich. Irgendwie aber... Ey. Digga, aber es ist so stressig aufzunehmen, wenn zwei Leute rumspasten und fünf Leute dich anrufen gleichzeitig und dann noch Red hier ist. Flieg runter. Aua. Aber wie willst du denn... Oh Gott, Alter. Ja, das war's, Alter. Ich habe überlebt. Ich habe überlebt. Oh, ne. Oh, ne. Ich habe ihn überlebt. Mann, Alter. Wo ist Paula hin? Der Server hat alle. Leute getötet. Paul. Unsere Tiere. Ja, die auch. Und Wolfi ist auch weg. Oh nein. Ja, es ist alles weg. Alles, was als Entity zählt. Oh, da ist er zugebaut. Auch die Hühner. Wieso ist er zugebaut, wo wir runterspringen? Weiß ich nicht. Leute, wieso hattest du sieben Spitzhacken im Moment? Ja, ich wollte abbauen eigentlich ursprünglich. Mann, Alter. Was ist das denn? Oh Gott. Aua. Wieso wollte ich jetzt... Du kannst jetzt deine Folge beenden, bitte. What? Okay, ja, ich will meine Folge beenden. Es tut mir leid. Ähm. Okay, Leute. Warte. Das war's mit... Nicht Minecraft Prison, aber... Das war's mit dieser Folge, Alter. Das war komplettes Chaos. Wenn's euch gefallen, lasst ein Like oder Abo da. Schaut in die Playlist. Aua. Das waren viele Creeper. Schaut bei Red vorbei. Und da will ich es sagen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.